PC, Monitor, Basta. Das war einmal. Denn diese Standardlösung ist nicht unbedingt immer die passendste. Wussten Sie, dass Sie als LHM Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele weitere technische Möglichkeiten für Ihr digitales Arbeiten haben? IT at M als Ihr IT-Partner und Service Provider zeigt Ihnen, welche. Also die etablierte Lösung kennen wir schon. Stationär, am PC, mit einem Monitor. Wenn Sie mehrere Dokumente nebeneinander bearbeiten möchten, können Sie auch einen zweiten Monitor nutzen. Sollte in Ihrem Büro Platzmangel herrschen, haben wir die Lösung. Ein kleiner PC. Für Sehbehinderte gibt es übrigens ebenfalls spezialisierte Arbeitsplätze. Und wenn Sie mal an einem anderen PC als an Ihrem eigenen auf Ihre Laufwerke, Drucker oder Lesezeichen zugreifen müssen, können Sie sich bequem mit Ihrem Zugang einloggen. Wenn Sie mobil arbeiten wollen, ist statt einem PC vielleicht ein Laptop besser für Sie geeignet. Den gibt es in verschiedenen Größen. An Ihrem Arbeitsplatz im Büro können Sie ihn mit einer Dockingstation nutzen. Natürlich können Sie damit aber auch von zu Hause aus arbeiten. Das funktioniert mit Full VPN. VPN steht für Virtual Private Network, also ein sicheres, virtuelles Daten- und Kommunikationsnetz. Damit ist es möglich, auf alle Anwendungen zuzugreifen. Auch auf diejenigen, die Sie über den Terminal-Server Muvia nutzen. Von zu Hause und von überall aus, wo Sie eine Internetverbindung haben. Wenn es Ihnen genügt, auf das Intranet, Ihren Kalender, die Mails und Ihre Dokumente zuzugreifen, können Sie das auch mit Hilfe von IKM mit Ihrem eigenen privaten Gerät. Ihr privates Gerät muss dazu allerdings bestimmte Anforderungen erfüllen. Welche genau und weitere Infos finden Sie über Wilma auf der Seite Mobile Kommunikationsoffensive unter dem Thema verfügbare IT-Business-Services? Für alle mobilen Geräte erhalten Sie einen Token. Damit können Sie sich an Ihren Geräten sicher identifizieren. Wir von IT at M möchten Sie in Ihren unterschiedlichen Arbeitsstilen optimal mit IT-Angeboten unterstützen. Mit uns sind Sie mobil sicher unterwegs. Zu den Einsatzmöglichkeiten der vorgestellten Angebote beraten wir gerne.